Sieh her, Süße, lächeln. Wir machen einen Stella-Kalender. Lächeln, Heisenberg. Sie schluckt eine Menge von diesem blauen Zeug. Was ist das? Gatorade. Ah, na gut. Ihr müsst uns unbedingt besuchen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Wir waren echt lange nicht aus. Wir können uns doch hier amüsieren. Das ist aufregend. Wir brauchen sowas über unserem Bett. Sieh, mein neuer Nachbarn. Wow. Wen haben wir denn da? Ist das eine Studentenverbindung? Wir müssen da rüber gehen und voll cool sein. Und sagen übrigens, macht nicht so'n Krach. Aber so dürfen wir es nicht sagen. Ihr macht nicht so'n Krach. Warum machst du so? Macht nicht so'n Krach. Wir sind verkrampft. Hör auf. Yo, wir wollten euch nur begrüßen. Ja, willkommen. Außerdem wollten wir sagen... Macht nicht so'n Krach. Jedenfalls... Vergesst nicht. Wenn wir zu laut sind, kommt zuerst zu mir. Ruft nicht die Beulen. Okay. Okay. Dann sage ich meinen Freunden... Ja. Seid ihr bereit für die Show? Ruf die Beulen. Nein, das ist so späßig. Mach es anonym. Ist ne gute Idee. Die machen die Drecksarbeit für uns. Oh nein, er hat uns verraten. Sie haben sich wegen der Nachbarn beschwert? Wir können Anrufer lokalisieren. Wir sind Cops. Scheiße. Jeder hat ne Anruferkennung. Ihr habt einen schlafenden Riesen geweckt. Willkommen in der Hölle, Bitches. Diese Studenten haben alle Airbags aus unserem Auto gestohlen. Das ist merkwürdig. Warum klauen die unsere Airbags? Keine Ahnung, wir sollten anfangen. Der Tapsi wird eins zu neun. Wir schmissen ne Robert De Niro Party. Dürfte ziemlich laut werden. Ihr habt den Kreis des Vertrauens verlassen, Focker. Ist ja gut. Das hat nicht gemacht, Mr. Jinx, nervös. Wir haben hier zuerst gewohnt. Unsere Bälle sind so fett. Läuft sich voll schwer. Ich bin Mama Bär. Mit langen Krallen. Willkommen in meiner Hölle, Bitches. Ich zeig's euch. Alter, wir haben den Airbag verpasst. Was hast du da am Mund, meine Süße? Ist das ein Ballon? Das ist kein Ballon, Herrgott. Das ist kein Ballon, Herrgott. Hier geht's gut. Sie können wieder nach Hause. Wollen Sie das Konto mitnehmen? Vielleicht brauchen Sie es nochmal.